Ja, hallo zusammen, hier ist der Manuel und ich versuche mich heute mal in einer kleinen Präsentation und vielleicht schaffe ich sogar so eine Art kleine Serie auch rauszubringen unter dem Namen Die Matrix. Was für ein individueller Name. Wollen wir aber auch nicht so viel Zeit verlieren. Heute Die Matrix Teil 1, der Untertitel Der Glaube an eine Scheinwelt. Ja, wie meine ich das? Ich möchte heute von der Realität reden, vielleicht auch das Leben als solches. Ich finde der Satz, das was ist, beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja, das sind die Dinge, die wir wahrnehmen können und in dem oder dem gegenüber das, was ich als Matrix bezeichne. Und zwar das, was nur existiert, als irgendjemand aufgeschrieben hat. Das, was geschrieben steht. Ja. Ich denke schon, jetzt dreht er wohl vollkommen am Rad. Aber es geht eigentlich darum, um das, was ist, auch wenn wir nicht dran glauben. Was ich mir darunter vorstelle, werde ich euch auch gleich zeigen. Aber das sind eben nicht die Ideen und die Konzepte, sondern das ist die Realität. Ja. Wenn ich zu euch scheiße bin, gebt ihr mir einen Daumen runter. Egal, ob ich dran glaube oder nicht. Ja. Und dann gibt es eben das, der Glauben an das, was geschrieben steht. Und die Matrix besteht eigentlich daraus, dass man denkt, dass das identisch wäre. Dass die Realität nur aus dem besteht, was geschrieben steht. Oder weil es die Realität und das Leben viel, viel größer, als dieses beschränkte Regelwerk der Matrix. Ja. Und aus der Matrix heraus bedeutet die Matrix erkennen. Ja. Und jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, wie kann ich denn diese Matrix erkennen? Ich benutze natürlich auch den Begriff ganz bewusst. Und ich möchte jetzt einfach mal aufzeigen, was ich denn unter der Realität verstehe. Ja. Das, was nämlich wirklich ist. Und wenn man erkannt hat, dass die Matrix einfach nur ein ganz kleiner Teil davon ist, dann hilft es einem auch, zu erkennen, dass wir einfach viel mehr sind, als das, was man uns einredet. Beziehungsweise das, was aufgeschrieben wird. Ja. Wir haben die Realität. Und die Realität, die ist, auch wenn ich jetzt nicht darüber erzählen würde, die gibt es, ohne dass ich das euch erklären muss oder darf. Das könnt ihr erfahren, wenn ihr rausgeht. Die Realität ist auch nicht verneinbar. Die Realität besteht für mich aus so etwas wie Naturgesetze. Und Naturgesetze sind die Gesetze der Natur, die die Natur uns eben vorsetzt. Und es ist auch komplett egal, ob wir die akzeptieren oder nicht. Die sind einfach da. Die muss man auch nicht aufschreiben, sondern wenn ich nichts esse, sterbe ich einfach. Im Winter wird es kalt. Da kann auch die AfD dagegen sein, wenn sie jetzt bald im Bundestag sind. Die Sonne geht auf am Morgen. In der Nacht ist es dunkel. Das sind alles Naturgesetze. Aber genauso ist auch der Mensch in sich irgendwo ein Naturgesetz. Wie eben zum Beispiel, dass Menschen Hunger haben, aber auch eben das Bedürfnis nach Bindung, Zuneigung. Dass wir soziale Bedürfnisse haben. Das ist einfach so. Da kann auch jemand sagen, ich verneine das und das funktioniert aber nicht. Insofern, das was ist, die Naturgesetze. Dann haben wir natürlich die Menschen. Da könnte man natürlich auch noch sagen, die Menschen handeln eben. Die Menschen mit dem, was sie sind, mit den Gedanken, mit den Ideen. Dazu komme ich aber auch gleich noch später. Und daraus ergeben sich natürlich auch echte Autoritäten. Und hier habe ich für mich einfach erkannt, und das ist vielleicht auch der Unterschied. Und das sehen wir dann gleich, wenn ich euch die Matrix erkläre. Eine echte Autorität ist halt zum Beispiel jemand, der eine gewisse Lebenserfahrung hat. Das kann ein Familienoberhaupt sein. Das kann aber auch einfach nur ein verdammt schlauer und erfahrener Mensch sein. Eine echte Autorität ergibt sich nämlich nicht, dass ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ich bin die Autorität, sondern die ergibt sich, weil Menschen zu mir kommen und mich um Rat fragen. Das ist die Akzeptanz, die von außen her kommt, durch das, was eben dieser Mensch ist. Und dann passt es natürlich auch gut, es geht da halt um die echten Kompetenzen. Und das sind Kompetenzen, die kann ich halt erkennen, wenn ich das erkennen will. Ich gehe ja auch freiwillig zu einem Zahnarzt und brauche dafür kein Gesetz. Wenn ein Zahnarzt halt einfach Ahnung davon hat, wie er Zähne repariert. Und wenn er mir das auch noch glaubhaft machen kann, vielleicht wenn er so eine Praxis hat und so ein paar Instrumente, vielleicht habe ich eine Empfehlung bekommen, oh ja, da kommen wir der Sache auch schon sehr nahe. Und das ist auf jeden Fall die Realität so, das ist ja so. Und deswegen ist Autorität ja auch nichts Schlechtes in meinen Augen, solange es sich halt um eine echte Autorität handelt. Dann haben wir sowas wie organische Strukturen, die gibt es für mich in der Realität natürlich auch. Die kann ich nicht verneinen, die sind da, ob ich darüber rede oder nicht. Und vielleicht mache ich da sogar noch mal ein extra Video. Da gibt es nämlich für mich echt ein gutes Beispiel. Und zwar so der Autoverkehr und auch die Regeln im Straßenverkehr. Also zum Beispiel, dass wir hier in Deutschland eben auf der rechten Seite fahren und das wir bei Rot anhalten. Und bei einem Stoppschild, dass wir eben diese Vorfahrtsregeln auch beachten. Es funktioniert so gut, weil es eben nicht so eine Bürokratie-Matrix-Bullshit ist, sondern die Regeln des Autoverkehrs, die beruhen halt schon irgendwo auf Naturgesetzen. Denn wenn ich mit dem Auto frontal gegen ein anderes Auto stoße, da bin ich einfach tot. Es ist einfach so. Und wenn man sich mal wirklich überlegt, was jetzt gerade in der Sekunde, wenn wir uns dieses Autobahnnetz in Deutschland anschauen, wie viele Millionen Autos wahrscheinlich da aneinander vorbeifahren und das einfach nur funktioniert, weil sich jeder einzelne Fahrer an diese fucking Regeln hält. Das macht er aber nicht, weil der so brav ist und so ein gefolgsamer Autofahrer, sondern weil es einfach Sinn macht für ihn. Und das hat was mit den Naturgesetzen zu tun. Das, was einfach Sinn macht, nicht mit dem Auto mit 180 wo dagegen zu fahren. Und viele andere Gesetze machen eben keinen Sinn. Und deswegen gehören die dann sicherlich zur Matrix, denn an die Regeln des Autoverkehrs würde ich mich auf jeden Fall freiwillig halten. Gut, weiter geht's. Echte Anerkennung, die ergibt sich dann eben auch aus Kompetenz. Da könnte man auch sowas wie Reputation reinnehmen. Also wenn jemand halt einfach einen coolen Job gemacht hat, zum Beispiel als Zahnarzt, dann wird er weiterempfohlen. Und dann wird er dadurch auch einfach eine gewisse Akzeptanz erhalten. Und das ist halt eine echte Anerkennung. Dann hat er einen gewissen Ruf. Dann wird sich, könnte man jetzt auch sagen, dem seinen Marktwert vielleicht steigern. Was auch immer. Das ist aber auf alle Fälle alles natürlich. Das ist aus dieser organischen Struktur sich ergebend. Zur Realität gehört für mich auf jeden Fall auch die Verantwortung. Zu dem, was wir das Leben nennen, gehört es dazu, dass sich Menschen wieder zu ihren Handlungen bekennen und auch für ihr Handeln Verantwortung übernehmen. Und zu uns Menschen gehören auch Konzepte. Das ist ganz klar. Auch Ideen, das ist ja auch das, was uns so wundervoll macht. Da würde aber auch sowas wie Kunst mit reinkommen oder einfach Sachen, die man einfach nur macht, weil sie Spaß machen. Das ist auf jeden Fall, es ist so, nur ich bin der Meinung, dass wir uns von Konzepten und Ideen halt trennen sollten. Wenn die nicht förderlich für die Realität oder das Leben sind. Denn nachdem ja diese Konzepte und Ideen auch von uns gemacht sind, sind es keine Naturgesetze. Und deswegen wäre es an der Zeit, gewisse Konzepte und Ideen einfach mal zu überdenken. Jetzt steht dem was entgegen. Dem steht jetzt für mich das System und die Matrix entgegen. Und was für mich jetzt ein wichtiger Punkt ist, dass wir natürlich auf der einen Seite jetzt dann Gesetze haben, die widersprechen natürlich den Naturgesetzen. Gesetze sind einfach Dinge, die haben irgendwelche Menschen aufgeschrieben. Und die gelten nur, weil wir dran glauben, dass die gelten. Und auch was überhaupt eine Partei ist, das sind einfach Menschen, die gewisse Strukturen ausnützen. Das hat auch nichts mit der Realität zu tun. In der Realität sind Menschen, die sich vielleicht organisch zu Gruppen bilden, aber das, was Parteien hier machen, das ist auf jeden Fall alles Teil der Matrix. Eben auch das Wahlsystem. Ich könnte hier auch noch so etwas wie Demos mit reinbringen. Das sind alles Sachen, die das System praktisch, die Matrix uns so als Handlungsoptionen vorbringt. Ich möchte hier vielleicht noch eine Sache sagen. Das war ein Gedanken, den ich vorher hatte. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr würdet heute Nacht in eurem Gehirn ein Prozess stattfinden, oder würde ein Prozess stattfinden, dass wenn ihr morgen aufwacht, dass die Sprache, eure Muttersprache, oder alle Sprachen ersetzt sind durch eine neue Sprache, die man aber auch beherrscht, die komplett funktioniert, aber alles geschriebene Wort, was vorher in Deutsch, in Englisch, wie auch immer, irgendwann mal aufgeschrieben wurde, ist nicht mehr vorhanden. Man kann es nicht mehr nachlesen. Es ist nicht mehr verstehbar. Was wäre da noch existent? In dieser Welt. Würden wir dann verhungern? Wüssten wir nicht mehr, wie wir mit unseren Mitmenschen umzugehen haben, nur weil wir nicht mehr nachlesen können, wie es geht? Ich denke nicht. Und in dem Moment wäre die Matrix auch weg, aber wir wären sicherlich nicht tot und die Welt wäre auch nicht weg, weil all das, was hier steht, das gäbe es immer noch. Die Konzepte und Ideen müssten halt neu aufgeschrieben werden oder neu durchdacht werden. Aber wenn wir jetzt hier weiterschauen, das hier drüben wäre alles weg, weil es nur existiert, weil wir dran glauben, dass es gültig ist. auch sowas wie natürlich politische Ämter steht dieser echten Autorität entgegen. Warum ist das so? Warum? Weil es aufgeschrieben wurde. Nur deshalb. Auch sowas wie Uniformen. Es sind einfach nur Menschen mit irgendwelchen Uniformen. Aber das ist keine echte Autorität. Die bekommen ein Stückchen vom Machtkuchen verliehen. Aber auch nur, weil wir halt dran glauben. Das ist das Problem. Genau sowas wie Behörden, Abzeichen. Aber natürlich auch das Gewaltmonopol. Ich meine, da gibt es ja auch dieses Video, der winzige Punkt. Es ist ja auch nur möglich, weil wir dran glauben, dass das halt sein muss. Dass es keine Alternative gibt. Denn es wäre natürlich nicht möglich, jeden Bürger mit einem Polizisten auszustatten, damit die keine Faxen machen. Auch das Geldmonopole ist natürlich nur innerhalb dieses Systems. Generell das Geld. Aber sowas wie Tauschmittel und sowas wie Handel, das ist hier drüben. Das sind Menschen. Hier müsste ich eigentlich noch Handlungen dazuschreiben. Und auch sowas wie Meinungshoheit. Das ist alles nur in diesem Matrix-Modell. Auch sowas wie Meinungsfreiheit. Dieser Begriff. Ich muss das gar nicht aussprechen. Ich muss das gar nicht aufschreiben, wenn wir nicht dran glauben würden, dass man überhaupt jemand die Möglichkeit hätte, eine Meinung zu verbieten. Dann müssten wir nicht von Meinungsfreiheit sprechen. Und dass Menschen sprechen können und Gedanken haben und Ideen, das ist die Realität. Und das hier drüben ist die Matrix. Und deshalb ist es eigentlich erschreckend, dass das, worauf wir so viel Aufmerksamkeit und so viel Wert legen, eigentlich nur ein ganz kleiner Bereich ist von dem, was ich das Leben oder die Realität sehe. Ja, weil diese Matrix, diese Regeln, diese Gesetze, dieses Politik-Spektakel, diese ganze Struktur, das ist ja eigentlich nur eine Idee, ein Konzept. Deswegen ist es eigentlich so klein und wir sind so viel mächtiger, wenn wir mal erkennen würden, was die Realität eigentlich ist. Na ja, jetzt hoffe ich mal, dass ich hier so meine Gedanken rüberbringen konnte. Das war Matrix Teil 1. Freut euch auf Teil 2. Und ja, ich freue mich natürlich auch über Feedback. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch mal einen Kommentar da oder empfehlt es vielleicht dem einen oder anderen. Da freue ich mich auch ganz besonders. Und dann würde ich sagen, bis bald, euer Manuel. Ciao. Es ist schon komisch, ich denk jeden Tag drüber nach. Es ist schon komisch, ich denk jeden Tag drüber nach.